Hey Kinder, ähm, hallo? Ich muss grad sagen, was ist denn jetzt los, Mann? Mirage hab ich schon lang nicht mehr gespielt. Ich muss sagen, ich hab generell schon lang nicht mehr Matchmaking gespielt. Also alleine. Das letzte Mal, vorletzte Woche Donnerstag irgendwann. Und dann nur zusammen, also beim Communityabend mit euch. Ich bin übrigens auch ged-rankt oder die Waldfee. Leute, wir haben fünf Spiele hintereinander verloren. Hintereinander. Jetzt bin ich nur noch der Stern. Versteht, ich kenn Adlerkopf mehr. Oh, Schneeflocken, guck mal. Boah. Das ist voll weihnachtlich. Boah. Hey du, weihnachtlicher Headshot. Wie und es kommt kein... Jetzt hab ich eine Maschinenpistole. Ho, ho, ho. Woher ist das, hä? Woher ist das, Kinder? Ihr wisst doch, woher das ist, Mensch, hä. Ich hab den Revolver zum ersten Mal in der Hand. Und wie ist er so? Ach so. Hä? Kann man mit rechts klicken, kann man sofort abfeuern. Und mit links klicken nur so ein bisschen? Oh, ich hab noch nicht mal zu ihm hingezielt, Mann. Oh, ich bin Revolvermeister, hä? Tu mit deinem AWP, Mann. Ich hab einen Revolver. Verpiss dich. Ähm, hat der mich grad wegrevolvert? Nie wieder was anderes. Ich schmeiß die Hyperbeast weg. Der Revolver ist viel cooler. La, 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 la. Achtung, wie ich jetzt noch einen Headshot mit dem Revolver mach. Bah. Ah. Okay, egal. Machen wir jetzt Revolver-Rush, oder was, hä? Ja, du bist tot, mein Kill, aber egal. Kitchen? Ich hab's zuerst gesagt, halt die Gosh, Mann. Ja, ich plant ja schon, ist ja schon gut. Wir ausrastet direkt. Ich mein sogar, das Wort Motherfucker sei gefallen grad eben. Ey, wisst ihr, was mir letztens erst aufgefallen ist? Ohne Witz. Warte kurz, muss ich mein Ding aufmachen. Wenn ich nach den Spielern schauen will, drück ich immer auf Tab, um zu gucken, wer noch lebt. Da oben in der Anzeige sieht man's ja auch. Alter, jetzt, oh, es ist kein Scherz. Also ich wusste schon irgendwie immer so zur Hälfte, dass man das da oben aussehen kann. Aber du denkst, ich würde mal aufhören, irgendwie da oben zu gucken? Nee. Jedes Mal mach ich Tab auf, wer lebt noch? Mhm. Und es hat wie immer Kenner, äh, Smoke dabei, ne? Das ist mal halt wirklich mal, äh, liebe Geschichte, die ich noch erwähnen wollte. Mit den Smokes, da. Nein! Er fügt mich! Mensch, ey. Na, was sagt er zu der Eierkopf-Geschichte, hä? 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 Scheiße knapp, oder? Scheiße knapp. Lack dein Revolver? Kein Wunder, dass ich verloren hab. Denkt dran, ihr müsst langsam aber anfangen, mich zu malen. Wie eure französischen Frauen. Nur mit der Rakette. Oh mein Gott, I think we're gonna lose this fucking game. Please, wait a second! Und wie er spielt, Mann! Kaspar, ich muss es einfach sagen, der hat doch eindeutig mit dem Lenkrad gespielt, oder so? Mann, was soll die Scheiße? Hat er seine Maus auf null, oder was? Also ich meine auf null Bewegungs-DPI-Geschwindigkeit-Magnetismus? Was soll das, ey? Ich meine, klar, wir haben die Runde geholt. Na gut, weil ich auch so gut bin. Guck mal, ich hab auch schon einen... Ich bin schon einmal gestorben. Muss es auch erst mal schaffen, einmal zu sterben. Das hat auch so eine gewisse Schwere an sich, so eine Sterblichkeit. Was ist mit unserem AFKler, Mann? Okay, woher ich das mehr an da und verliere, wenn der Blade-Cop AFK ist? Nein! Revolver-Ficker! Ja! Nein! Nein, safe nicht, hol dir die Revolver. Ha! Nice, good job. Oh mein Gott, wem wird dieser Stern gehören für die Runde? Ahaha! Ja! Ich hab einen Stern und ich hab einen Kill und erst zwei Tote. Voll gut und so. KD, voll gut. Killer, voll gut. Die Frage ist halt, hat Killer auch Swag? Und da kann ich nur eins sagen. Swag. Hm, Keg. Super. There is one Gegner. Du willst mich da fickt doch mal rollen. Er flasht mich erst. Apartments One. Er flasht mich erst und ist behindert dann noch. Hinzu kommt. Und ja, da hab ich wieder meinen ersten Assist eingefahren. Oh, das ist cool. Also er spielt aber wirklich ganz, ganz, ganz schlecht. Er versucht gar nicht irgendwie. Oh, er ist schon nicht übel. Er ist schon nicht übel. Kann man schon... Alter, geil, wie mich das Team gerade voll rauszieht. Guck mal, ich bin... Ich bin in der Mitte. Okay. Ja, weil ich einen Assist hab. Assist ist natürlich sehr gut. Leute, Johnny Casper hat bald 50.000 Abonnenten. Kurz davor, ja. Vielleicht schafft er es noch dieses Jahr. Komm, wir hauen alle rein. Der Mutti ist auf AWP. Oh Gott, nein, Mann. Schlechtestes Spiel auf der ganzen Welt. Ähm, ja. Ich sag mal so, na? Äh, One Fox ist natürlich ziemlich durchgepeitscht. Hat einen Revolver gekauft. Klar, bin ich dabei. Und jetzt passiert Zauberei. Boom, 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 boom. Hatshirt. Mann, nein, scheiße. Das ist aber echt gewöhnungsbedürftig, dieses... Nein, die ECO war nicht nice. Ich bin direkt gestorben. Was laberst du? Ha! Junge! Nicht mit mir, Alter. Ich werde richtig aggressive grad. Und dadurch kann ich sehr weit springen. Guck, guck. Hm. Und von hinten den einen ficken, der jetzt bestimmt gleich kommt. Oh Gott, der kommt tatsächlich! I'm so fucking good! Nice! Ich hab sogar die meisten Eliminations, Mann. Wie, glaub ich, gekillt? Zwei oder so? Hallo! Mann! Ich geh mit der Bombe auf die Side. Ich weiß nicht, warum, aber... Und dann hört auf einmal alle auf zu schießen von meinen Freunden. Alter, dieser behinderte Revolver ist scheiße. Ich weiß gar nicht, was alle haben, von wegen... Der wär overpowered und sowas. Damit geht gar nichts, Mann. Dieses... Ich hab die Bombe, alles ist gut. Wir gehen zurück. Ich hab keine Lust mehr. Nein! Ich wurde so behindert weggeholt. Hätte ich einfach da stehenbleiben sollen, dann wäre ich noch im Weg gekommen. Boom! Seriously, guys! Seriously! Machen wir jetzt Revolverzeit, oder? Ja! Komm, das geht doch bestimmt irgendwie mit dem... Ding da. Alter! Mann, was werd ich von hinten angeballert? Was soll der Scheiß? In so einem kritischen Moment werd ich von hinten angebummst und musst mich umdrehen. Das waren doch meine Mates, oder? Ja, Matthew, viel Dank! Okay, immerhin AWP mitgebracht. Fick die Kacke, ich hab ihn gehört und hab einfach mit meiner Waffe rumgespielt. Und es sind noch nicht mal ein paar geile Russen dabei, die irgendwie lustig sind. Es sind noch welche dabei, die ungefähr so lachen. Lass mich jetzt bitte nicht hier alleine mit meinem beschwuchtligen Revolver, ja? Und da ist mein zweiter Stern! Wow, zwei Stück, Mann! Ich bin dann mal weg! Halt doch die Gausch, bitte. Ich konnte noch nicht... Ich konnte fast nichts hören, Mann! Pfff! Verbe... Pfff! What? Pfff! Aber ist alles gut gelaufen, oder? Ist alles schon gut gelaufen. Ich kann sterben? Fuck! Ahaha! Noch nicht! Was ist denn jetzt mit der Guardian besser, da? De Schali oder nette Schali, he? Ohne Schali ist es doch stärker, also... DMG-mäßig, welch damage-mäßig, hm? Palace 2? Und ich hoffe, der meint nicht mich. Bevor überhaupt irgendjemand was gesagt hat, hab ich gesagt... 2! Palace, moff! Mach mal jetzt der Super-Ego hier, he? Hugo, wie Mensch! Kraberei! Come on, come on! Chop, chop! Alter, verpiss dich mal mit deinem Scheiß-Revolver! Und dann werde ich von hinten mit einer Uzi gefickt! Wo macht denn der Revolver bitte schön das Spiel kaputt? Die Volli-Tutten sollen ruhig mit dem Revolver spielen! Oh, das war überhaupt bitter, dass es kein Treffer war. Hm, hm, hm. Magst du den Revolver? Wo ist es denn? Wer hat mich da schon wieder angeballert, Mann? Das war wirklich ein Feind, ne? Ne, in der Sekunde sofort. Vielleicht sieht man es gleich wieder in der Aufnahme, wie ich in dem Moment, wo ich angeballert werde, schon meine Augen so nach links gehe und ich mich umdrehen will. Und dann, äh, kann ich natürlich den Kerl, der vor mir steht, net ficken. Ich glaube, ich hab mich sogar so umgedreht, oder? Fuck, Mann! Jetzt mit einer P90, Alter. Den oben gefickt und dann die zwei... Pah! Warum sind die denn schon durch? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! A and you guys going to OB! Sag mal, ist der behindert! Und er! It's A! It's all A! The whole team, please! Jetzt hab ich die AWP! Was mach ich jetzt damit? Männerficke! Und Frauen, falls Frauen spielen. Oh! Mann, was für eine schlechte Scheiße ist das? So, ihr Ficker! Läuft! 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 Was?! Wie Low-HP, Mann? Ich hab ihm 22 gegeben und er steht noch! Low-HP heißt unter 10! Low-HP, 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 ich hab ihm drei gegeben. Mhm. Wegen ihm bin ich verreckt. Einfach abgewartet, wenn ich gewusst hätte, dass er irgendwie mehr als 22 AP hat. Das ist ein ausschlaggebender Wert 22, da fangen gewisse Skalen erst an. 22 gesteckt. So! Au! Alter, will er uns gerade verarschen wieder? Ja, der geht aber auf B. Was ich mach, was ich mach! Ey, wenn ein Feind mit der Bombe, wenn der letzte Feind mit der Bombe verschwindet und ewig lang nicht legt, dann geht man doch davon aus, dass er möglicherweise nicht an dem Spot liegt, wo man gerade steht, sondern auf den anderen rennt, oder? Hallo? What are you doing, Killer? Ich geb dem auf die Nase, Alter! Ey, ich hab schon 5 Sterne, Mann! Au! Wuhu! Deine Mode riecht okay jetzt! Wuhu! Also, ich würd' sagen, äh, läuft ein bisschen jetzt gerade leer. Ich hab 6 Sterne, Mann! Ich hab noch nie jemanden gesehen, der 6 Sterne hat! Also, außer ich! In jedem Spiel! Hopp, ich bekomme sowas von irgendwas cooles? Vielleicht ein Knife? Und da hab ich wieder einen Assist geholt! Ja, warum auch nicht? Ich hab er ja erst 2, oder? Okay, ich nehm alles zurück! Ja, ja, jetzt bin ich auch zuversichtlich, dass wir das hier nochmal holen! Das war ein kurzes Aufbäumen ihrerseits, da als wir halt sich kurz aufgebäumt haben, aber mittlerweile seh ich da bei den Terroristen keinen Fortschritt mehr! Ja? Ja? Nein! Mann, was mach ich hier jedes Mal mit meinen scheiß Granaten? Oh Gott! Also, auf B sind sie schon lange nicht mehr durchgekommen, seit ich auf B bin! Ich würd's nur meins sein! Hopp! Ey, wenn wir jetzt noch ein Ding machen! Noch ein Draw! Rass dich wirklich aus! Ich beiß irgendwas kaputt! Ah! Ja! Der schafft es! Oh mein Gott! Er hat die Bombe geholt! Oh Gott! Oh Gott, ist das knapp, Mann! Nett da lang! Ah, das ist so eklig hier! Diffuse einfach! Diffuse einfach, Mann! Nice! Oh Gott, was für ein Tier! Ich hab irgendwelche Kobalt-Barettas gewonnen! Gefallen mir, glaub ich, ein bisschen besser als meine anderen! Hab ich nicht so Gaylord, äh, äh, Lilane oder sowas! Na gut! Also von daher, vielen Dank fürs Zusehen! Macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Tschau 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 tschau! Tschau tschau! Tschau tschau! Tschau tschau! Bye!